Angebaut hast, oder was im Computer irgendwo ungeschlossen ist. Mein Drucker ist so aus, wenn ich meinen Drucker unten habe, ich habe immer irgendwo den Drucker in der Brüder stehen, wenn man nimmst mit einem Fax, bei einem Drucker auch mit einem Fax. Das ist aber nicht so wichtig, was für alles wichtig ist, um Arbeitsplatz. Was fangt man, was gesehen man? Um sich ohne an der CD halt, gesehen man eben ein Laufwerk, so nur ein CD oder DVD, so einfach eben ein Laufwerk, weil die Laufgirche behaupten, alles können. Die machen CD, die machen DVD, die brennen, aber eben auch von Möglichkeiten eben. In dem Sinne, steht irgendwo im Laufwerk, wo ich da brenne, die gehen, DVD, lesen, dann gibt es auch die Frage, okay, ich lese kein CD mehr, weil auch nicht vorher was, ich lese alles, das können sie natürlich nicht mehr schreiben. So sieht man natürlich ein Symbol, wie das ist, wenn wir das, wenn wir das nicht mehr machen, dann können wir die Ein-Düttel-Klic, dann können wir das aufmachen. Das funktioniert. Ein-Düttel-Klic, dann kann ich das aufmachen, und ich sehe dann, die Kontenu, und der Dota 5, dann wird das natürlich auch los.